Tatjana gut zu am Boden, sie schaut immer ein bisschen traurig und vielleicht wirkt der Schock noch nach, dass sie kurzzeitig ja damit rechnen musste, gar nicht hier auftreten zu dürfen. Aber das, was man jetzt gesehen hat, das zieht sich fast wie ein roter Faden durch die Übungen von Tatjana gut zu, egal wo immer sie jetzt startete, auch am Schwäbe-Balken zum Beispiel, Unsicherheiten, die man von ihr so gar nicht gewohnt ist von der Europameisterin. Untertitelung des ZDF, 2020 ... tjana gut so auch das wird eng die akrobatik waren zum auftrag mit dem großen ausfallschritt um einen ja fast wirklichen stürz zu vermeiden es fielte die lockerheit die entspanntheit tatjana gut zu wir machen noch mal